Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge, hätte ich jetzt fast gesagt. Das stimmt aber nicht ganz, ein neues Video ist es eigentlich auch nicht, denn es ist eigentlich nur eine kleine Info und zwar steht im Titel, ihr habt es sicherlich schon gelesen, wir sind weg. Das stimmt tatsächlich, wir sind für eine Woche mal nicht auf YouTube unterwegs. Verlassen mal unsere Wohnorte und fliegen aus auf eine nette Klassenfahrt und das wird sicherlich sehr spaßig. Wir werden in dieser Zeit allerdings vermutlich keinen Zugriff auf YouTube bzw. keinen Zugriff auf eure Kommentare haben. Das heißt, ihr dürft ruhig, sehr gerne weiter fleißig kommentieren, aber erwartet nicht direkt eine Antwort von uns. Wenn eine kommt, dann vermutlich erst wieder, wenn wir wieder zurück sind. Trotzdem wird viel an Videos erscheinen, wir haben fleißig vorproduziert und ich finde, da sind auch ziemlich witzige Sachen dabei. Es ist auch ein neues Spiel, aber das seht ihr ja dann direkt. Also auf jeden Fall lohnt sich und wir haben für eure Versorgung quasi gesorgt. Genau. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es uns nicht übel nimmt und wir sehen uns dann und hören voneinander dann wieder in einer Woche live und direkt, könnte man sagen. Also, bis dahin. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.